Hallo, ich will euch heute einen One-Click-Cup zeigen und wie ihr seht, Wasser drinnen, kommt nix raus, brennt nix aus, macht mal auf mit. Einen Klick, einen Finger, habt dann jetzt auch noch Wasser, dass etwas wirklich daraus drinnen ist. Und einen Finger, macht wieder zu, kann ich nur empfehlen, ist einfach auf den Schluss, saubere Verarbeitung, sieht echt edel aus, eine klare Kaufempfehlung. Viel Spaß damit!